Heute ist ein besonderer Tag. Die Götter haben jahrelang für die heutige Prüfung trainiert, um den Olymp verlassen zu dürfen und um die Aufgaben des Lebens meistern zu können. Nur die Besten und Mutigsten haben es bis hierher geschafft. Hier die Götter in ihrer Aufwärmphase. Aber auch das Zweikampfverhalten, Mathematik und Kunst sind Inspirationsquellen. Die Gruppenarbeit ist den Göttern als Arbeitsform ebenfalls vertraut. Die intensiven Vorbereitungen haben die Götter an ihre Grenzen gebracht. Nun ist es soweit. Der erste Prüfling erhält seine Aufgabe. Ein Wettrennen gegen das schnellste Tier der Welt. Der zweite Prüfling erhält seine Aufgabe. Ein Baumwurf gegen den Rest der Welt. Hat es für die Götter gereicht? Ja, sie haben ihre Aufgaben erfolgreich bestanden und erhalten ihre Auszeichnung aus der Hand von Zeus. und da sie haben ihre Auszeichnung aus der Welt. Die Götter in der Welt. Die Götter in der Welt.